Ey! Ah, hallo! Hopp der doch nicht da rum! Ey, jeder kann spielen wie er will! Guck mal, du wirst auf jeden Fall da raus. Das ist hier ein Ding zwischen... Ah, super! Ey, guck mal, der fällt schon anzuschieben! Oh, scheiße! Ey, ich spiel nicht mehr mit dir! Warum spiel ich jetzt? Nur weil du verlierst! Hey, ich bin am führen! Was bist du für ein Asozialer? Will noch jemand Gummibärchen? Nein, vielleicht mal Gummibärchen! Warum machst du das? Oh Gott! Guck mal, warum... Hallo! Was war denn jetzt? Gummibärchen kriegen! Schwein! Guten Morgen, Matze! Guten Morgen, Kamera! Was geht? Ich hab gerade leckere Gemüsesuppe gegessen. Die war wirklich... Hätte ich nicht gedacht, weil ich mag eigentlich kein Gemüse. Ich esse eigentlich immer nur Fleisch pur. Und jetzt Hamburg. Jetzt Hamburg. Riesenlocation. Ein Doppeldecker. Das heißt, ich kann nach unten gucken und nach oben und werde immer in strahlende Gesichter schauen. Die wahrscheinlich aber an mir vorbeischauen werden. Aber ich kann in die strahlende Gesichter schauen. Die sind immer im Schlagzeug spielen, ne? In jeder Location sehe ich dich immer nur Schlagzeug spielen. Du bist doch Sänger, oder nicht? Ich bin Sänger, aber ich werde auch irgendwann mal ein Schlagzeuger. Ich kann zwar nur eine Sache, aber... Du solltest deine Gesangskarriere aufgeben und Schlagzeuger werden. Ich glaube, das ist besser, ja. Was ist besser, ja. Nein, ich kann nicht nur noch einmal was. Du solltest deine Gesangskarriere aufgeben. Ich komme nicht mit einem Schlagzeug Bleib da! Spaß! Ekstase! Super! What's up, guten Morgen, wir sind gerade in Berlin angekommen und gehen jetzt in den Location und frühstücken erstmal was. Und yeah! Wir sehen uns! Es geht hier ab, ey! Heftig! Alter! Was sind das für Locations, die wir spielen? Das ist unglaublich, ey! Zum Singern, ihr seid crazy! Wie gesagt! Warte mal, zeig mal, wie du aussiehst! Ja, was? Schöne, Bruder! Bruder, ich hab einen Erfolg! Mensch, pass doch mal auf! Pass auf! Du kannst dich mal lenken! Was? Du kannst dich nicht lenken, Mensch! Und wie? Du kannst dich nicht lenken! Ich so gut wie ich! Ja! Zeig mal, wie du fährst! Angst? Licht ist nämlich hier! Aber... Marcel! Du meinst hier sowas, denn da? Oh! Oh, 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 oh! Komm! Oh! Oh, oh! Aber er ist gut echt! Der geht, Mann! Komm mal! Nein, steht hinten unten, ich 담el mir was! Das geht weg! Das geht weg! Warte mal! Die Sanktäte sind noch nie klar. Genau so ist der. Jetzt wechsle ich die Aufnahme. Aber das wird nicht ausgestrahlt. Guck mal da! Ey, halt mal, halt mal, halt mal! Wie gut! Hier deine Zitronen. Ey, cool! Super! Korrekt! Egal was passiert. Herrschlich! Ey, Berlin, what's up? Wir sind hier gerade in Berlin im Huxleys. Und ey, ich freue mich so sehr auf die Show. Ausverkauft. Es wird richtig heftig. Ich freue mich schon mega. Gestern waren wir in Hamburg. Und schaut euch mal bitte an, wie riesig das hier ist. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Nein, nein, nein! Warum ist Nico nicht da? Ist er doch. Super! Oh mein Gott! 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 Hallo ihr Lieben! Wir sind heute in Berlin. Und wie ihr seht, es fühlt sich auch schon so langsam. Und der Maik, der gibt dir heute eins seiner Konzerte von der Karma Tour. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil ich die komplette Familie mal wieder sehe. Sowohl André, als auch Osama, als auch Enja, als auch natürlich Maik. Und viel, viel Spaß! Auf Wiedersehen!